Ich freue mich so, wenn die endlichen Dingens da sind. Ich bin Sparking Zero. Bist du so gut aus dem Plan der Mal für? Ich finde ihn super. Nur leider haben die ja nicht viel Screentime gekommen, aber ich fand das Turnier gegen die richtig cool. Meinst du das kurz? Dieses mit Boo, Gohan und Goku? Ja, Boo hat richtig Gas gegeben. Boo habe ich noch nie so geil in Action gesehen. Ja, es ist halt. Dragon war super. Die machen coole Sachen und dann verwerfen die sie einfach wieder. Deswegen hasse ich das wie die Pelle. Doch, ich könnte mir noch einen gigantischen Charakter wünschen. Der Kamu. Ja. Okay. Ich hoffe, das klappt alles. Das ist halt noch eine Beta. Nicht, dass er sich jetzt... Okay. Ja, genau. Ich bin immer zu spät, ja. Wow. Exus trifft. Ich habe so ein Gefühl, du hast es nicht getroffen. Du hast es gesehen. Du im Arm hat sie gerade 10 Meter verlängert, warum auch immer. Brrrr, wieder klein. Ich muss drehen. Ich muss nicht, ob ich drehen oder drücken soll, falls wir es gleichzeitig gemacht haben. Geht's dir gut? Spuckst du mich dran? Aua. Nicht schlecht. Oh. Ey, kommt zurück. Äh, was? Wer wird's? Ach, kommt's! Bin ich fair. Er baitet mich. Den nächsten Mal haben wir wieder eine neue Version. Bald kommen die Canon V7 raus von diesem einen Typ, wo wir dann nochmal die Canon V6 immer gespielt haben. Mit den OP Black Freezer. Sehr viele Paus. Ich habe ein Shirt und was hast du? Meine Kicks. Bist du Sanji oder was? Nein, man nennt mich Basel der Kicker. Oder meine Freundeskretin bei mich auf Basel der... Nee, ich wollte die Attack einsetzen, verdammt. Ja. Oh. Ich lebe. Hallo, du hast gestunnt. Also nicht der Penetrator, nicht der Penetrator. Nicht der Super Preparator. Ah, Mann. Warum sind die ganz...